Willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Team Fortress 2. Hallo? Sekunde, ein Vertrag, wie es mir scheint. Okay, dann würde ich mal sagen, wechseln wir mal zu Heavy. Und, man sieht es ja noch, kurz, hier, hässliche Minigun. Hier. Aber, hilft auch nicht, dann wollen wir mal. Rechte, Contract, bekam ja nicht nur einen pro Woche, das ist jetzt aktuell, also bekam ja nicht nur zwei pro Woche, das ist jetzt aktuell der dritte in der Woche, aber weißt du was, soll mir egal sein, kommt schon, Kill Assist. Und das wären schon mal zwei Punkte. Wir werden eines Teammitglieds sehr hoch geachtet. Oh, scheiße, da steht ja noch ein Snatter. Etwas zu knapp für meinen Geschmack. Und ich brauche dringend Sandwich. Make me strong. Leckeres Sandwich. Away with you. Also, ernsthaft. So einfach mache ich es denen doch nicht, das Geheimaterial zu erobern. Wäre ja zu einfach. Also dann. Aber echt. Advanced. Take 1000 damage in a single life. Das ist nicht sogar ein Achievement. Naja, Sekunde. Erstmal, wir haben voll ein. Leckeres Sandwich. Komm her. Yay, freundlicher Heavy. Nein, danke. Aber danke, Heavy. Dammit. Aber ich töre den Friendly Heavy auf gar keinen Fall. Nein. Leckeres Sandwich. Aber leider, leider. Nun gut. Dann wollen wir mal jetzt hier rum. Nun aber andererseits, die kann man wenigstens mit einem Kollegen leicht leveln. Hihihi. Ich vergesse, dass ich das gesagt habe. Scorepoints is heavy. Oh, wie viele Möglichkeiten es gibt, das zu leveln. Bist du in zwei? Du bist ein Soldier. Und du bist ein Sniper. Offenbar. Wenn auch irgendwie nicht gerade so helle. Nun, das ist sowieso nur nebensichtlich. Nein. Fuck. Daneben. Komm schon. Schneller. Schneller. So. Pyro. Pyro. Komm her. Hallo Pyro. Ey, was? Der geht durchs Minigun-Feuer? Nein. Verdammt. Also, seht's mir nach, wenn ich jetzt mal die Klasse nicht wechsle. Vertrag geht vor. Auch wenn es jetzt unwahrscheinlich ist, dass ich in der Zeit hier auf dem Server immer noch nur drei leben. Auch wenn das erste jetzt als Sniper nicht mitzählt. Äh. Es ist trotzdem unwahrscheinlich, dass ich den erfüllen kann. Der Sniper versucht, mit dem Handschuh auf den Lucktreffer zu kriegen. Ach, Mann. Das war so knapp. Tja, es kann knapp sein, wie ich es will. Ja. Ist klar. Ernsthaft. Komm schon. Mann. Ernsthaft. Der geht mitten durchs Minigun-Feuer und nicht ein Treffer. Wow. Hit Registration. Du bist echt beschissen. Und ich glaube, der hat jetzt verstanden. Genau. Der wird sich nämlich nicht bewegen. Der NG ist zu blöd, um zu kapieren, dass es auch noch andere Eingänge zum Geheimmaterial gibt. Hallo, Pyro. Nein, erinnerst du euch noch an mich? Also, ich tue es. Nein. Das wirst du nicht. Muss man hier immer so deutlich werden. Erst mal Sandwich essen. Die scheinen ist einfach nicht zu verstehen. Aber leider... Naja. Vor allem diese eine Sache, das nervt. Das ist sowas von knapp. Und, wie man weiß, meistens passieren die guten Sachen ja nicht per Aufnahme, aber das war eigentlich sogar die Aufnahme wert. Ich meine... Dieser verdammte Soldat! Okay, der ist down. Pyro! Da ist der Friendly Heavy. Den kill ich nicht. Den hätte ich töten können. Verdammt. Sehr gut. Sollen wir dem mal kurz den Kartoska-Kick beibringen? Oder... Also beibringen in Anführungsstrichen. Das ist natürlich einfach immer auslösen. Wo ist der Spy? Ich habe versucht, ihn zu wahren. Schade. Aber lässt sich jetzt auch nicht mehr dran ändern. Aber wo ist der Spy? Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Ist er halt das? Ja. Spy. Und dominiert. Und natürlich auch mit dem Spruch You're dead. Not the big super ice. Naja, alles klar. Jo. War immer noch das Spy. Und das war das dritte Leben. Also dann würde ich mal sagen... Bis zum nächsten Mal. Aria dos. Und ich mache jetzt den Vertrag fertig.